ARD Text im Auftrag von Funk Nein, nein, nein. Ist was falsch. Da, Elemente. Äh, 5 Elemente, bla bla bla. Folgende. Also ob ich hier den Wassertempel oder Odins Palast noch machen muss. Ähm. Die anderen haben wir ja schon. So. Also, Wassertempel oder Odins Tempel. So. Oh. Eisbogen. Oh, das klingt doch gut. Ausrüstung. Oh, der, der, der ist gut, der ist gut. Und? Das, da geht er nach da oben, um das zu zeigen. Interessant. Gut. So. Ähm. Soll ich das in diesem Part noch schaffen und noch Zeit haben, dann werde ich optionales Gedöns machen. Falls euch das überhaupt interessiert. Wenn wir die, die, die ganze Packung, die euch gerne, aber trotzdem. Ähm. Falls euch das überhaupt interessiert. Wenn ihr das hier hört, dann werdet ihr eh schon den ganzen Part hier gucken oder zufällig hier hingeskippt haben. Oder das ist schon gar zufällig, wenn das passiert. Tod. So. Aber die gibt immer, wir geben hier alle Heap Potions. Das ist doch schon... Achso, ich hab noch diesen komischen Apfel. Ach, den wollte ich ja später verschwenden. Verschwenden. Verbinden. So. Ah, diese Steine. Wie krieg ich die nochmal weg? Mal sehen. Ähm. Kämpfen. Ja, GF. Titan. Angriff. Feuer. Schlammentanz. So. Tot. Ich weiß nicht mehr, ob es sich lohnt, diesen Titanen einzusetzen, aber trotzdem. Mach ich's. Sind schon ein paar Kisten frei jetzt? Hm, leider noch nicht. Ähm. Ah, okay. Jetzt komm ich in den zweiten Bereich. Oben. So war's. Ja. Mit einer Nymphe und... Mit einer Nymphe und... Danach ein Hebel. So. Und... Kämpfen... Ach, wir machen einfach mal ganz normal Angriff. Ich will jetzt mal wissen, wie viel man überhaupt da machen muss. So. Tanzende Flammen. Angriff. Und die macht aber auch ordentlich Schaden. So. Aber jetzt werden wir den... Na gut. 100 Schaden muss ich schon zusätzlich machen. Und? Das geht weg da unten. Rechts. So. Die Steine bleiben leider noch. So. Und? 50 Gold. Ähm. Komm her. Hä? Wo war's Eis-Dings? Da muss ich gleich mal gucken. Weil irgendwo muss ja noch ein Durchgang sein. Ähm. Hier benutzen wir den auf jeden Fall. Und... Langsatz. So. Du 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 du. Ich frage mich, ob ich manche optionalen Sachen schon auf der Welt hier machen sollte. Also eine Sache weiß ich auf jeden Fall. Da muss ich noch ein höheres Level für werden. Oh, ich hab gespoinert. Scheiße. Ähm. 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 Ich hab nichts gesagt. Ähm. Ich hab nichts gesagt. Ich hab nichts gehört. De 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 de. Ey, das war so, so, so unbewusst zuerst so. Ja. Klar. Na gut. Ähm. Na trotzdem. Auf jeden Fall. Ähm. Ein paar Sachen, optionale Sachen werden böse sein. Das weiß ich jetzt schon. Ähm. Ich bin mir noch nicht mal sicher, welchen Odins Dings. Da kommen wir auch zu Odin selber, stand da ja auch. Ähm. Ob ich den angreifen sollte oder nicht. Oh Mann. Nicht hier. Komm. Gegner, die Angst vor ihm haben. Das ist auch immer das Beste. So. So. Ähm. GF. Angriff. Feuer. Feuer. Ich bin dran. Und tot. Mal was. Habe ich den T-T... War der T-T-Hand schon da? Nein. Hab mich schon gewundert. Bäm. Ja. Ja. Ja, Odin wird allgemein noch so eine Sache werden. Weil ich wollte ja gerne eigentlich alles machen in diesem Let's Play. Aber mal sehen. Ich muss mir eh nochmal alles... Alles optionale mal so ein bisschen nachlesen, weil ich nicht mehr alles genau weiß. Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. Ähm. Ja. Und Flair. Städte Dings gibt es. Es gibt ein paar GFs optional natürlich. Ein, zwei optionale Gebiete weiß ich auf jeden Fall. Ein sehr optionalen Gegner, der... Oh, oh. Der böse sein kann. Aber so richtig böse. Da muss ich echt ein hohes Level für haben. So. Hebel? Und was hat der bewirkt jetzt? Hm. Kämpfen, GF, Angriff, Feuer, Flammtanzen. So. Aber obwohl Flammtanzen für Zeiggegner auch immer so. So eine Jein-Sache ist. Nun gut. Dafür kostet das doch nichts. An den Fehl. Wo war ich, dass ich jetzt ziemlich unnötig bei diesem Kämpfen? Ja, hieran erinnere ich mich. So. Eigentlich sollte ich mich mal zwischendurch regenerieren gehen. Eindeutig. Ich muss mich mal zwischendurch schützen. Ähm, aber mal gucken, ob ich es noch schaffe bis zum Punkt hier. Achso, äh, Titan. Angriff, Feuer, Flammtanzen. Weil wenn ich es bis zu dem Speicherpunkt schaffe, dann brauche ich es nicht. Ich glaube, da kann man auch regenerieren, wenn nicht. Glaube ich im nächsten Part einfach bis dahin zurück. Ja, wenn man hier Möglichkeit hat, dann nutzt man die auch. Und wer würde das denn nicht? So. Erstmal das. Eisenschild? Der kann überhaupt ein Schild tragen. Ach, ola. Diesen einen Punkt, äh, ja. Hätte man sich sparen können. Der hat es jetzt auch nicht rausgehauen. Na los. Mann. Geht mir das ja manchmal so. Ich will nicht mit dir kämpfen. Geh weg. So. Kämpfen. Gf. Angriff. Angriff. Feuer. Flammtanzen. Und weg damit. So. Jetzt hat Phil ja auf jeden Fall keine MP mehr. Ich überlege gerade, was für GFs gab es denn überhaupt noch. Zwei, ne, drei fallen mir auf einen Hieb ein. Drei. Von, wie viel muss ich noch? Mal gucken. Ähm, ich will es mal wissen. Eins, zwei, drei von... Zwei, von... Von acht. Der Mann hat auch Punkte und kann die leveln. Oh, das brauche ich jetzt noch nicht. Ich mache hier erst später hin. Von acht. Boah, was gab es denn da noch? Ich habe keine Ahnung mehr. So, absolut gar nicht. Was gab es denn da noch? Ich überlege. Ähm, okay, mir fallen vier ein. Vier. Also die Hälfte. Okay, hier unten war nichts mehr. Gut, dann bin ich auch jetzt noch tot. Ähm. Ist es... Na gut, spät ist auch keine Rolle. Dann muss ich eh einige bestimmt nachgucken, wo es die gab. Aber gut. So. Kritisch. Wow, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Gut. Die Crit-Chance ist bestimmt eh voll gering allgemein. Oh, kann ich mich regenerieren? Yeah. Gut, dann werde ich gleich bestimmt beim... Bei der Kugel sein, aber... Die mache ich auf jeden Fall noch in diesem Part. Auch wenn es vielleicht ein bisschen länger dauert. Ist ja nicht so, als ob das für euch schlimm wäre, wenn ihr schon relativ lange immer warten müsst. Ja, also... Samstag mit Hochladen für Eternal Legends ist so der... Tag, der am meisten immer leidet. Muss man einfach mal so sagen. Weil Freitag... Der Tag leidet einfach am meisten. Weil am meisten irgendwie was ist und ich deswegen keine Zeit habe dafür und bla. Und vom Aufnehmen und so. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Diese Kälte. Sieht ja aus wie eine Eisprinzessin. Woher unser nächster Feind. Und ich weiß sogar, wer... Das ist es auch dann... Ja, Shiva. Haha. Final Fantasy. Kenner werden wissen, was nach diesem Feind mit ihr passieren wird. Ähm. Gut. Jetzt habe ich genug, also dazu erzählt. Wie viel sehen wir noch? Kein Fall. Hm. Ich weiß gar nicht, wie viel die aushält. Ist nun konfus. Attikiert sie sich selbst? Ja. Obwohl, Orala könnte einfach mal Gift draufhauen, weil er es kann. Weil er es kann. Weil er immer was kann. Ja. Uh. Ist vergiftet. Ja. Schön. Jetzt kann er wieder angreifen. Haha. Ja, Orala ist so der Heiler in dem Team. Das ist einfach dann so. Es muss ja immer einen Heiler im Team geben. Was? So schnell ging das? Oh, okay. Die Kämpfe vorher waren anspruchsvoller. Im Gegensatz zu dem Boss. Vom Kampfvergleich her. Level 15, Level 24. Und. Müsste auch das sein, was ich... Wenn ich mich nicht irre. Und. Ja, Shiva halten als Elementkugel. Ich kann nicht mehr. Puh, diese Reise macht mir auch zu schaffen. Ich will nach Costa Bay. Los, komm, wir haben noch nicht alle Elementkugeln. Wir haben jetzt nicht den Weg gemacht, um ihn hier zu wenden. Stimmt, los, Rena Gustav. Weiter geht's. Hm, schon gut. Kann sein, dass das eine, was Rena gesagt hat, eigentlich viel sagen sollte. Scheint mir ziemlich so. Gut. Und hier geht's dann auch beim nächsten Mal weiter. Also bitte abstimmen, ob Odins Tempel oder Wassertempel. Und bis dahin, ich bin mit meinem Kane, Diana Jones. Bis zum nächsten Mal! Nein!